Und man killt sehr schnell Leute mit dieser MP und man hat verdammt viel Munition, das gefällt mir richtig, richtig gut und Schalldämpfer. Und da war noch irgendwo... Jetzt muss ich erstmal plündern, alle plündern. Die ganze Kohle, die ich habe, die ganze Schätze, die hier liegen, aber auch viel Minimap. Das werde ich alles oder so irgendwann schön Geld holen und nachher alles mit Schalldämpfer ausrüsten, was ich habe. Richtig Stealth-mäßig unterwegs sein, alles schwarz anmalen, ja? Also hier noch für ein Visier kaufen. Auch größere Muni-Gürtel, all sowas. Jetzt suche ich gerade eine Kiste. Ah, ich bin blind. Die Gegner ausnutzen, das ist echt schnell. Da war ich selber überrascht, dass ich das gespielt habe. Da hatte ich mich so gefreut. Diese Waffe ist einfach... Ich habe mich in die Verliebt. Verliebt. So. Kannst halt... Zack, 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 Schalldämpfer tot! Zack, 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 Zack und Tod! Du baufst gar keine Angst mehr ab von den Gegnern mittlerweile. Guck einfach nur... Ich habe mir vielleicht zwei Schüsse gegeben oder so... Ja, stimmt. Lisa ist ja hier. Ich muss die für dich befreien. Da wäre ich bei einer draufgegangen, oder? Weil wie schnell diese Waffen nachgeht, bevor ich einmal ratze. Mit dem Visier kann man das natürlich noch besser machen. Jetzt habe ich hier die Schroßflinte. Damit kann man durch so enge Räume natürlich immer am besten durch. Einmal Einschlüsse ratz und sonst ist sie weg. Wie gut, dass ich so viele Waffen habe. Ja, alles schön gleich am Anfang mit dem Haihaus und so. Das waren auch schon geile Abenteuer, die wir da erlebt haben schon. So Erlebnisse auf dem Wasser, nach einem Hai suchen und tauchen. Angst haben, von den Hai gefressen zu werden. Ja, das sind schon gute Geschichten. Erstmal alle ausrauben und Schätze einsammeln. Ich komme, Lisa. Ich komme, Lisa. Das ist ein Video. Sie ist nicht hier. Nein. Nein. Bitte. Nein. Nein. Ich willst dich, Mom, Dad. Mom, Dad... Mom, Dad... Ich möchte nach Hause gehen. Es ist sehr schön, ich möchte dich wieder machen. Nein. Mit mehr Emotionen. Du kannst es tun, Anika. Nein. Yo, Vaz. Die Brody-Boys rafed die Karl-Rund. Ben, 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 Ben! Ich mache das Film jetzt, okay? Du musst du weg von hier, Ben. Das fucking Idiot-Cocksmuschen... Stop swearing. Okay, wir sind in der Präsenten von einer Idiot-Aktress. Fuck, fuck you. Fuck you. Did you see what you just did? You just turned my actress against me. Now get the fuck out of here! Disappear! I want to apologize for my friend... The two shall come. We're gonna win the Oscar for this, okay? Here, that's right, keep going. Dude, I'm gonna win the Oscar. I'm gonna win the Oscar. You're gonna win the Oscar. He's gonna win the Oscar. I'm gonna win the Oscar. Mom. Dad. I lost him. I want you home. Boss. Where are you? Oh shit. Ich habe ihn gefragt, ob ich dir das habe. Ich habe ihn gefragt. You think it makes you one of us I'm going to drive a bullet through my sister's skull Nein, 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 bitte. Die fucking loved ones, they come and they blindside you every fucking time. So they say to me, they say, boss, boss, who the fuck is it going to be? Them or me? Me or them? Like, like, you know, like they fucking think that I need to make a fucking choice. By the way, this lighter really sucks. You know, so much for poetics. It's really too bad that Citra had to wake you up. Because now the only way to kill you is to erase you completely. Shh, 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 shh. It's okay. All right. It's okay. Jason, I swear to God, man, it's truly beautiful that you were willing to die for the one you love. Ja, ich kippe ihn garan, hier oben fahre. Oh, das ist gut. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, wir werden hier doch... Das ist vorhin noch ein bisschen lang. Oh, Feuer. Ah, da. Schießen. Oh, fuck, jetzt bin ich auch noch. Wir werden hier garantiert erschweren. Ich hasse eigentlich solche Level mit so... ...Zeiten... ...Mutieren und so. Okay, hier rüber. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Hier rüber... Okay. Babylon. Haha. Hey, ich hab's gesagt, wir fallen, ja. Ich sitz hier einfach nur und komm schön nach vorne. Warum bin ich runtergefallen? Leisure, ich kann die Tür sehen, ich komme! Wehe, 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 die drei Waffe jetzt sogar noch schneller. Hier hoch. Fuck. I can't take any more of this heap. Shit. Guttaf. die 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 da kommt er oder Springer Prozent kommen ich bin zum Beispiel da ist ein Auto darauf dahin Warum soll sie denn fahren? Der. Der, 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 der. Und? Kann er haben. Jetzt kommen alle Leute anlaufen. Und ich laufe mir anrufe von ihr. Das ist natürlich ein, ein Granatteil von einer unendlich Position. Bis zum nächsten Mal.